Are you ready? Yeah! 1, 2, 3, let's go! Leonelowski! 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 Hey Freunde und herzlich willkommen zum neuen Fortnite Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir den 1. Januar 2022 und ich hoffe ihr seid gut ins Neujahr gekommen. Wir gehen heute in die Runde Fortnite rein mit Gamesound. Ich hoffe es klappt alles. Ihr seht hier schon unseren Skin. Wir gehen mit Boba Fett rein, wieder ins Solo erstmal. Und hoffen, dass wir ein paar Kills machen. Vielleicht mal einen epischen holen. Aber wir suchen uns einfach mal ein paar Runden. Ich bin schon jetzt ein bisschen weiter gespielt, deswegen vielleicht holen wir keinen Sieg. Aber es könnte ja trotzdem Spaß machen, hier zuzugucken. Erstmal haben wir schön Brustfahrer danken, dass wir bei ihm mitfahren dürfen. Mit natürlich der Slag One. Das ist mein Spot. Da gibt es nämlich immer schöne Waffen. Oder gibt es wenigstens immer Waffen. Da ist ein Gegner. Ich habe keine Weitschusswaffe. Ich habe keinen Blue Life, das ist nicht so gut. Ist irgendwo ein Gegner. Zwei Kills. Easy going. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Ich habe gesehen Fortnite kommt sehr gut bei euch an. Deswegen werden wir da jetzt auch ein bisschen immer wieder reingehen. Pilze, leckere Pilze, ne Pilze. Pilze, Pilze. Lecker, lecker schmecker. Okay. Hm, ein Schneeballwerfer. Nehmen wir den mal mit. Ich mag den irgendwie. Es sind einfach viele und noch 20 Leute drin. Können wir hier einen Busch, oder? Ich habe einen 100 Buschhockey. Guck mal auf dem Typen hinterher. Guck mal auf dem Typen hinterher. Will das mal? Guck mal auf und spiel. Guck mal auf dem Typen. Ich habe einen kleinen Besuch. Guck mal auf den Typen. Guck mal auf. Guck mal auf, Guck mal auf. Okay, ich bin tot Okay, Platz 10 Ist okay Habe ordentlich Leben gegeben Vier Kills Erste Runde Ich denke, wir machen so drei Runden Aber wir holen uns gleich mal einen anderen Skin, oder? Ich zeige euch hier mal meine Skins Also meine Skins Ich habe hier den, den hatten wir ja gezogen Den habe ich Black Widow geholt Weil es mein Lieblings-Superheldisch Dann habe ich hier natürlich noch Venom Oder auch Tom Hardy Dann Spidey Thanos natürlich Stormtrooper Und die hatte ich schon Das sind auch sehr geile Skins Den hat man ja irgendwann mal einen Battle Pass gekriegt Season 5 Dann die Prime-Banane natürlich auch Ihn hier finde ich auch sehr cool Gehen wir einmal rein mit Black Widow, würde ich sagen Und hier bei denen Haben wir auch so ein paar Sachen Dann nehmen wir auf jeden Fall was zu ihr passt Das ist da Da habe ich auch eigentlich ganz cool auch so ein Hund Oder so ein Na die da Die besinnlichen Beile Bei denen haben wir hier einen Wächter aus dem Markt drauf Aber der High ist schon das Größte, was es gibt Okay, gehen wir in Runde 2 Ich denke, wir gehen drei Runden Was muss man machen bei einem V-Match? Großfahrer-Time natürlich Rocky Reels Rocky Reels Da gibt's auch immer schön viele Bluen Muss man halt die erste Phase überleben Neu von wo? Von wo? Von wo? Ich nehme müssen, glaube ich Ich muss Fahrer danken Wir gehen nach Ich bin doch nicht weg Ich will dir doch nichts Böses Was? 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 Schöner Sniper hat gerade bei uns von mir Muss ich einfach mal hier oben Live-Mäse ein bisschen mal verfolgt Mal verfolgen Ja! Ja! Was? Da ist das Baumeister Pro oder was? Ne Ist das von Baumeister Pro? Fuck das ab Der war in ihren Kopf Der war in ihren Kopf Der war in ihren Kopf Und der 32er Hit Junger Vater Okay Ich komme scheinbar nicht mehr in Fortnite rein Dann war's das mit dem Video Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Keinen Sieg Ein paar gute Runden Finde ich waren ganz akzeptabel Vielleicht gehen wir das nächste Mal in die Arena rein Und spielen mit euch ein bisschen in die Arena Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr dann lasst ein Like da Ihr wisst wie es geht Macht's gut Und tschau